Ok, dann schauen wir, was können wir denn mit dem Laden? Wir haben schon 1362 Punkte. Da können wir uns ja solche Sachen kaufen, die unsere Spieler ja verbessern. Ehrlich gesagt habe ich das nur selten genützt. Macht Dribbling effektiver. Wahrscheinlich aber nur für ein Spiel ist das immer dann. Also pro Spieler müssen wir das extra kaufen. Das ist natürlich nicht, aber das kostet dann auch 10.000 Punkte. Naja, wir warten noch. Wir schauen mal bei den Schuhen noch. Ja, wer hat denn noch keine? Wie wärs denn mit Cologini? Braucht denn der Infanteidiger vernünftige Schuhe? Aber die sind kreislich. Naja, muss ein roter Cologini damit rumrennen. Der überlebte schon. So, dann spulen wir mal 4. Jetzt haben wir nämlich West Ham United zu Gast. Harbar hat eine leichte Verletzung. Ok, gut. Ich denke aber, das können wir verkraften, weil Krull in Topform ist. Also rote Pfeile sind das Beste, was er passieren kann. Da werden wir die ganze Mannschaft rote Pfeile hätten. Das wird natürlich super. Haben wir noch irgendwelche Verhandlungen laufen? Ne, es kommen drei Mann bisher. Harbar verlässt uns, weil der eh schon 37 ist. Bei den Favoriten haben wir noch. Dos Santos, der Mexikaner. Vargas, rechts außen. Barnetta, den haben wir noch. Kowal, ukrainischer Torwart. Neskens, der kommt schon, der kommt aus der Tür. Kegan, den wird wahrscheinlich auch der andere kennen. Ist auch einer von den Klassikspielern, ein Engländer. So, auf jeden Fall spulen wir jetzt gegen West Ham United. Die spulen so. Wir spulen in Schwarz-Weiß. Und heute aus. Jetzt können wir wieder den Baba in die Tür. Harbar können wir daheim lassen. Da kommt Elliot rein. Und heute, glaube ich, lassen wir mal Sinkler rein. Probieren wir mal. Wenn es schief geht, das merkt man dann schon. Gut, ansonsten passt alles eh. Ja. So, der 31. Spieltag im St. James Park. Und natürlich wollen wir wieder gewinnen. Ist ja logisch. Halt, was treibt er denn? Das sind die bestimmten neuen Schuhe, die drucken noch. Das Junge hat er gleich mal an den Ballen verloren. Sinkler. Ronaldo schießt dort ein Gegenspieler und holt einmal Ecken aus. Kabai auch wieder dabei. Was war denn das gerade? Naja, kriegen wir eh einen Wurf. D-Mel. Oder heißt er D-Mel oder D-Mel? D-Mel, glaube ich, heißt er. Klingt zumindest vernünftig. So, es gibt ein Gelbe gegen Dodo. Ja. Ist das Gelb würdig? Ich finde einmal nicht. Also war ein bisschen ungestüm, aber gleich Gelb. Naja. Aber wir können das verkraften. Später ein Steven Taylor nicht. Oder war der? Der war doch zuletzt verletzt, glaube ich. Den haben wir bestimmt vergessen beim Aufstellen. So, und jetzt gibt's Gabe gegen West Ham. Und zwar der Herr Nolan. Der hat jetzt einen Eindruck gekriegt im Notizbuch vom Schiedsrichter. 28 Meter. Den hauen wir jetzt irgendwie da rein. Ja, war gar nicht so schlecht von dem Baba wieder. Unser Kopfball stärkster Stürmer. Da kommt er das mal nicht rein. Ich weiß nicht. Da kommt er das mal nicht rein. Jetzt müssen wir uns etwas zügeln. Ich glaube, jetzt sind wir schon etwas zu ungestüm. Nach zwölf Minuten schon. Zwei Gelbe Konten gekriegt. Ach, der Oma ist noch, oder? Gut, siehre ist wie immer. Unser Kapitän. So, weiter geht's mit einem Einwurf. Oh, Pech gehabt. Klasse Flankenwind von Oskar. Und dem Baba gegen Glotten. Nächster Einwurf. So, in die Hände von Spiegel. Jawis. Nolan. Vielleicht können wir denn nur irgendwie provozieren, dass er uns vielleicht noch mit foult. Warten natürlich, ja, so. War das Foul? War kein Foul. Oskar klärt zur ersten Ecke für West Ham. So, da mal wieder Oskar. Tempel war verfolgt von Fyrmon. Und Ronaldo. 1-0. ja warum die brasilianer unter sich die ob wir schwingen schwindelig spät gottseidank dass ronaldo beitfüßig gut ist so natürlich kann es so weitergehen so gut hier ist dem bau startet und 2 0 jawohl und wir spielen wieder attraktiven fußball genau so wollen wir das natürlich sehen aber gut wie ich das schon ein paar mal gesagt habe es liegt natürlich auch immer an der form von den spielern und jetzt im moment sind unsere spiele meist haben die jetzt die gelben pfeile und das ist natürlich super und dementsprechend spielen sie besser und gegen Bilbao waren ja die meisten beschissen dran und so haben wir dann auch gespielt also zumindest im hinspiel so kabai holt den ballen oscar sinclair hat den honom reingebracht ja warum nicht einfach mal probieren vielleicht muss dann nochmal abklatschen jahres gut mal von dodo da ist santon ja dann schießt er in die fresse und williamson klärt mit der grätschen so es ist gleich halbzeit das gibt jetzt abstoß das gibt jetzt abstoß carol oh der ist aber groß und er flitzt und durch die abwehr ah falls ich keine wei der hat schon gelb der dürfen wir nicht mehr so eingrätschen oh und das war ein faulspiel oder vom torwart hat der torwart der schiedsrichter zum glück nicht gesehen ach der zählt auch noch und damit gibt er noch Taylor da war wieder so ein tödlicher abgefälschter schuss der ist nämlich an irgendeinen ist ein hänger blüm da war das ja da hat dann Fussi fälschten ab ja und der Torwart war machtlos schauen wir es nochmal an er hat den hitter tot natürlich gehabt wenn er der rot aus weitergegangen wird aber ja und somit steht es nur noch 2-1 aber es war eigentlich ein Tor aus dem nichts außer und fälschlück dabei so der Schiedsrichter beendet die erste Halbzeit ja die anderen haben ein Schuss ein Tor durch Glück erzielt aber ich denke wir legen durch raus nochmal einen drauf wenn wir so weiterspielen aber ich bin gerade am überlegen ob wir nicht wechseln jetzt wenn wir da mal ein Dodo aus da hat nämlich Gabe und da mal da für T-Line weil ich mag es halt einfach nicht riskieren dass ich rote Kotten krieg muss ja nicht unbedingt sein aber sie scheinen jetzt aufgeweckter zu sein also West Ham möchtest du raus den Ausgleich McCartney wer hat den jetzt raus unser Mann also Ecke ok ob du gut aufpasst Karol wieder und Sinclair Freibahn jetzt ach so wir kriegen einen Wurf wir hätten eher gemeint die anderen aber nehmen wir natürlich an ja gut hier ist der ist nicht der schnellste beim Laffer Sinclair und nimmer und ja bis wieder über über das Mittelfeld das mal muss ja passen wo er hier rennt so Flügelwechsel dabei ja Demba war unglücklich also der Karol ist auf jeden Fall Dribbelstaug der Lust uns ganz schön stehen also unser Verteidiger aber bisher machen wir es ganz gut das war auch mal nicht so gut da ist er wieder ja demmal war es ein Foul von Williamson richtig und er kriegt die GB und ich glaube der wird dann auch mal Spielpause müssen weil das auch so ein Kartensammler ist bei uns wer war denn da ein Ball noch unserer ich hätte eh ich hätte eh modern da aber alles im grünen Bereich noch so 71 Minuten spät ich denke mal wir wechseln jetzt bloß wen oder wollen wir überhaupt wechseln eigentlich sind Oli fit außer kein Ball der kann eventuell der GB Kortenrichts können also dass er rot kriegt ach wie los denn denn drin ist wird schon nichts passieren das war ein Foulspiel und das gibt Neufer und zwar eindeutig DML jawohl der kriegt jetzt die GB und wir einen 11 Meter dafür ja da ist unser Dämpferbauer durch die Abwehr marschiert Schiss KB den Elfmeter ja ich darf schon sagen ich hoffe ich triefe irgendwie ja etwas rechts aber sicher und ich darf sagen das ist der Sieg jetzt ich denke nicht dass die noch mal zurückkommen der Trainer zufrieden wir sind auch zufrieden das Elfmeterschissen ist bei 2013 deutlich besser beim 2011er war es schrecklich da war es total pingelig also wenn man nur ein bisschen links gehabt hat also gezielt hat dann hat er sofort daneben geschossen das war da total schwer ist bei dem deutlich besser geworden und Sinclair der Engländer Ronaldo nutzt die Chance und holt die Ecken aus Ryan Taylor schießt die ja das glaube ich mag ich aber lieber nicht da habe ich mir da kein Bein lieber ja da geht an allen vorbei die Ecken so Vorsicht Santon so den Baba noch mal ja abgeblockt aber den Ecken haben wir ganz gut still lassen den Meckhardt nicht au hat er den umgekaut aber es gibt Abschluss können wir den noch wechseln können wir sogar zwei Mal noch machen wir jetzt auch er da aussehen und dann dann wir wenn dann wir den noch aussehen und dann sagen wir los noch mal vergessen spielen der junge Mann mag auch mal drauf kommen und ist der für jetzt für die letzten paar Sekunden besser als gar nichts und im Mittelfeld kommt da Florenzi oh da ist er schon vergessen ok gut 93 Wunder West Ham United hat eigentlich wirklich eine Chance gehabt wir waren wieder sehr gut organisiert hinten in Abwehr das Gegenteil war eher unglücklich aber ansonsten haben wir gut gespielt Oskar war der beste Mann am bloß naja darüber können wir uns streiten und Arsenal hat sich wieder verloren wunderbar also ganz gut wie schaust du mit Everton aus die haben gewonnen oh Manchester United los Punkte liegen bei unseren Lieblingsgegner bei den Greenspark Rangers die haben wir uns ja zweimal das fürchten gelernt jetzt haben wir fünf Punkte Vorsprung vor Osnall und vor Everton also sicher ist natürlich noch nicht einmal in die Europa League kümmern aber wir sind auf dem guten Weg Sponsorenbonus achso wir haben wieder irgendwas erfüllt und einen Predator gekriegt Schuhe von Adidas ja auf dem Weg